Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Sonntag und Sonntag ist immer ein sehr spannender Tag für mich, denn am Sonntag reflektiere ich immer über die Altwoche und plane dann die neue Woche. Mir persönlich ist aufgefallen, dass das wirklich eine Sache ist, die mein Leben sehr verändern oder auch verbessern kann, da ich mir dort einfach die Zeit nehme, über mein Leben und über meine Handlungen nachzudenken, über meinen Alltag nachzudenken und den dann so einfach zu verbessern. Und wie wir schon wissen, machen natürlich kleine Schritte das meiste aus in unserem Leben. Also ist sozusagen unser Ziel, jede Woche vielleicht ein bisschen was zu verbessern, falls das nötig ist. Und heute teile ich 10 Dinge mit euch, die ihr am Sonntag machen könnt, beziehungsweise 10 Dinge, die ich gerne mache. Die erste Sache ist ein kleiner Journal-Prompt und zwar schreibe ich sehr gerne meine Highlights und Events der Woche auf und frage mich dann immer, wann war ich glücklich diese Woche oder wobei war ich glücklich diese Woche. Okay, ich war glücklich, als ich meine beste Freundin getroffen habe und dann schreibe ich das auf. Oder ich war glücklich, als ich zum Frühstück ein leckeres Müsse gegessen habe und einfach so kleine Dinge, die toll waren oder auch größere Dinge, die toll waren. Und das sind halt nicht nur besondere Events, sondern auch einfach Highlights der Woche. Dazu gehören bei mir aber auch Erfolge, aber ich versuche halt nicht so viele Erfolge aufzuschreiben, sondern eher bei Momente, in denen ich glücklich war, da ich eine Person bin, die sich sehr schnell in Erfolgen misst und sozusagen meinen eigenen Wert von Erfolgen abhängig mache. Und das ist halt eine Sache, weil ich versuche wegzukommen. Deswegen schreibe ich Erfolge jetzt nicht mehr so auf oder versuche sie nicht mehr so präsent in meinem Leben zu haben, wie bei Momente, in denen ich glücklich war. Also klar, falls ich jetzt irgendwie eine Eins in Mathe habe, finde ich es cool, dann schreibe ich es auch auf. Aber ich versuche einfach doch eher, andere Momente aufzuschreiben. Die zweite Idee, die du am Sonntag machen kannst, ist Tagebuch zu schreiben und dann nochmal über bestimmte Events zu schreiben. Beispielsweise war ich diese Woche das erste Mal nach zwei oder sogar drei Jahren wieder auf einem Konzert, was ein krasses Erlebnis für mich war. Und ich habe darüber auch so ein bisschen Tagebuch geschrieben, habe dort das Erlebnis nochmal richtig aufgeschrieben und geschildert und Momente aufgeschrieben, denen ich glücklich war, was ich da gemacht habe. Und ich finde es einfach super schön, nochmal am Sonntag darüber nachzudenken und vielleicht nochmal Gedanken aufzuschreiben, Gefühle aufzuschreiben, weil ich persönlich es liebe, dann darauf zurückzugucken und dann vielleicht nochmal in einem Monat, in einem Jahr, vielleicht in fünf Jahren nochmal zurückzugucken und dann zu sehen, was ich so gedacht habe, was ich gemacht habe, weil dann wieder so Dinge hochkommt, die ich schon vergessen habe. Ich finde das immer so schön. Die dritte Sache, die du am Sonntag machen kannst oder solltest, sind deine Outfits für die nächsten Wochen, für die nächsten Wochen, für die nächste Woche rauszulegen, rauszusuchen. Ich kenne das selbst nur zu gut, dass ich morgens vor den Spiegel stehe und mir so denke, okay, ich habe zwar echt viele Klamotten und Kleidungsstücke und so, aber ich habe irgendwie keine Outfits. Also es passt irgendwie nicht zusammen. Das hatte ich mir schon gestern an, das ist jetzt gerade in der Wäsche und so. Und das ist einfach nur ein großes Chaos am Morgen. Und ein Schritt, den ich gegangen bin, um das zu vermeiden, ist auf jeden Fall generell weniger Kleidung zu haben. Das ist logisch. Und auch nur Kleidung zu kaufen, die irgendwie zusammenpassen, sozusagen diese Capsule Wardrobe zu designen, zu haben. Aber natürlich ist auch ein weiterer Punkt, den man da berücksichtigen sollte oder ein Schritt, den man gehen könnte, auch am Sonntag schon deine Kleidung rauszusuchen für den nächsten Tag oder für die nächste Woche direkt. Mittlerweile gibt es ja auch diese ganzen Kleiderschränke-Apps, wo ihr einfach eure ganzen Kleidungsstücke einscannen könnt und dann dort irgendwie eure Outfits so zusammenstellen könnt. Ich persönlich mache das nicht, weil ich das zu aufwendig finde, das jetzt zu machen. Also erzählt mir gerne mal, wie das läuft. Falls ihr das macht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das geht mich echt voll. Und natürlich könnt ihr da auch nochmal in den Wetterbericht gucken, weil ich das auch sehr gut kenne, dass ich am Morgen dann rausgehe und denke, okay, das war jetzt viel zu kalt. Warum habe ich nicht vorher mal auf den Wetterbericht geguckt und gesehen, dass es heute irgendwie nur 2 Grad wird oder so? Der vierte Punkt ist, schon Telefonate zu planen. Ich persönlich habe eine beste Freundin, aber meine beste Freundin und ich sind beide sehr beschäftigte Menschen, die immer sehr viel zu tun haben und oft mal vergessen, dass die andere Person da ist beziehungsweise irgendwie nicht dazu kommen, miteinander zu reden, sich zu treffen, zu telefonieren und so, weil wir einfach so selbst viel zu tun haben. Und dann schreiben wir uns so nach zwei Wochen, wenn wir nicht miteinander geredet haben, irgendwie so Hi, hast du mal zeitig zu treffen oder so? Und dann finden wir keinen Termin und sowas. Und dann, wie hast du morgen Zeit? Und das ist alles super schwierig teilweise. Und deswegen mache ich es eigentlich sehr gerne, dass ich mit Leuten schon im Vorhinein Telefonate plane. Und auch wenn es vielleicht erst in zwei Wochen ist oder so, dass man sich da wirklich schon eine Zeit festhält, frei hält, um das dann auch wirklich zu realisieren. Der nächste Punkt ist, dein Zimmer aufzuräumen. Bei mir persönlich ist Sonntag auch so ein bisschen so ein kleiner Putztag. Also ich putze und räume jetzt nicht so krass auf, muss ich ehrlich gesagt, da ich halt jeden Tag auch mal morgens und abends so ein bisschen mache. Aber generell, falls es was Großeres gibt, ist Sonntags immer so ein bisschen mein Aufräum- und Putztag, Organisierungstag, das alles. Ich habe auch gerade schon gesagt, dass Sonntags so ein bisschen mein Organisationstag ist, mein Aufräumtag. Und natürlich räume ich dann noch mal meine Schultasche auf. Und wirklich, Leute, ich habe das einfach die Jahre zuvor nie gemacht, dass ich mal meine Schultasche durchgeguckt habe. Aber ich mache das seit diesem Jahr. Und es ist wirklich hilfreich, mal am Sonntag durchzugucken, einmal in der Woche und vielleicht so alte Blätter auszusortieren oder irgendwie Trinkflaschen. Vielleicht dürfte die nicht mehr funktionieren. Einfach das mal am Sonntag durchzugucken und auszusortieren. Und oftmals findet man auch noch Sachen, die man vielleicht noch erledigen muss bis zur nächsten Woche, was man dann schon verdrängt hat am Wochenende. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Und zwar mal deine alten Schulsachen am Sonntag durchzugehen. Ja, ich weiß, die Motivation, wirklich sich nochmal hinzusetzen und die Schulsachen anzugucken, ist jetzt nicht so groß. Aber es ist teilweise notwendig und teilweise auch sehr hilfreich. Also wenn du einfach mal im Kopf so einfach in zwei Minuten durchgehst, welche Fächer hatte ich diese Woche, was machen wir da gerade, gibt es Hausaufgaben, schreiben wir Tests, schreiben wir Klausuren, was kann ich jetzt auch dafür machen, was muss ich vielleicht sogar noch dafür machen, muss ich irgendwas ausdrucken, irgendwas mitbringen, Hausaufgaben erledigen, sowas halt. Es sind wirklich nur fünf Minuten von deiner ganzen Woche, aber es kann dir so ein bisschen deinen Arsch retten, falls du irgendeine Aufgabe hast, die du dann vergessen hast. Die nächste Sache ist, einen Lernplan zu erstellen. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass du schon in der nächsten Woche eine mündliche Abfrage hast, noch einen Test schreiben musst, eine Präsentation abgeben musst und so, kannst du ja vielleicht schon mal so einen Lernplan machen, mit Dingen, die du für die Schule noch machen musst. Weil eine Situation, in der wir dann da sitzen und dann denken, okay, Mist, morgen muss ich drei Sachen abgeben, habe noch nichts angefangen, diese Situation mögen wir nicht. Und diese Situation wollen wir möglichst vermeiden. Und das funktioniert, indem wir schon am Sonntag darüber Gedanken machen und dort schon mal anfangen zu planen, weil wir was machen können. Der nächste Punkt ist auch noch, deine Galerie auf deinem Handy auszumisten. Ich habe das vor einigen Jahren noch sehr aktiv gemacht, da habe ich mir wirklich jeden Tag gefühlt, zwei Minuten dafür genommen, alle Bilder mal durchzugucken, die ich an diesem Tag gemacht habe, was jetzt nicht so viele waren, deswegen hat es vorher gut funktioniert. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so aktiv, sondern sitze dann wirklich mal so alle zwei Wochen da und versuche meine ganzen Bilder auszusortieren. Und wenn man halt mal so ein Fototooling gemacht hat oder so oder auf einem Event war und dann alle Bilder da sind, dann ist es manchmal sehr überfordernd. Und der zehnte und letzte Punkt ist jetzt, dir in den Kalender einzutragen, wann meine Study With Me Livestreams sind. Diese werde ich immer am Sonntagabend in meine Community Tab posten. Wenn du auf meinen Kanal gehst, LaraEmily, dann ist da ja so ein Tab mit Videos, Playlists und Community. Und bei Community findest du einen Plan mit der Uhrzeit, mit dem Tag, wann wir diese Livestreams machen. In diesen Livestreams lernen oder arbeiten wir zusammen. Das heißt, ich zeige euch, wie ich lerne, wie ich arbeite, fühle mich dabei und wir können das Ganze zusammen machen, sodass wir motiviert bleiben. Und in den Pausen beantworte ich auch immer gerne Fragen von euch und antworte auf eure Anfragen. Wir quatschen ein bisschen und das ist eigentlich immer richtig schön. Normalerweise gehen die Streams so ein bis drei Stunden, meistens unter der Woche so zwei Stunden. Also wahrscheinlich wieder so 16 bis 18 Uhr, 18 bis 20 Uhr. Und ich freue mich und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche da sehen, bei den Streams. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss! 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 Vielen Dank.